In dieser Stadt, wo kommen denn ihr her? Aus Lernen hier noch woher? Ach, Hans City ist eine ordentliche Stadt mit braven Bürgern. Hier wird geschafft und da auch gemacht. Guckt, dass ihr heimkommet. Sonst lass ich den Marktplatz räumen. Ihr sprecht der Marschall vom Volkegerät und ihr solltet wissen, eure Tage sind gezählt. Rät ich doch eben noch durch die Bericht, sagt friedliche Landsleut, Geilgebögen wie euch lieb, da trat ein wacker Bote, ein gerittener Mann mit einer eiligen Gefäsche an mich heran. Er tat mir Wunsch von diesem Trubel, dass wir unter lautem Gejubel einer großen randalierenden Meute, Die Aral City wird belagert heute. Als Marschallkraft Amtes machte ich sofort kehrt und gab die Sporen meinem treuen Pferd. Für Ruhe und Obdung sorgt ich in der Stadt. Pferde, die wir gar nicht wie euch, die setzen wir schachmatt. Die Car-Drives sind bei uns. Lucky Luke und Winnetou, die Klobeischen Sieben und die Krieger der CU. Und last but not least, auch Billy the Kid macht mit schnellem Revolver bei unserer Mobilmachung mit. In Aachen City greifen die Bürger zu wehr, jagen euch nach Trommelsbach in den Kreisverkehr. So lange ist euch rechtlich und randalierbar vergeht. Heide und in Reutlinge, unsere Mannschaft, die steht.